Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die ganzen Leagues, die eben rausgekommen sind. Also es sind sehr, sehr wilde Sachen am Start. Die wollte ich euch alle mal kurz vorstellen. Also wie gesagt, das Premier League Team of the Season wurde ja schon gelegt. Ein De Bruyne 96, Salah 96 und Bruno Fernandes 96 mit Keane 96 sind einfach die besten Spieler aus der Premier League. Die Ratings finde ich ein bisschen zu niedrig, weil ein De Bruyne hätte schon so ein 98 gegeben oder zumindest mal ein Bruno Fernandes auf jeden Fall ein 98. Salah vielleicht nicht 97, Harry Kane könnte man so lassen. Ederson vielleicht auch 95. Also es sind schon viele Ratings, die irgendwie gar keinen Sinn machen und die auch dieses Jahr zu niedrig gehalten wurden. Der günstigste Spieler ist bis hierher Fofana und es sind insgesamt 15 Spieler, die schon geleakt wurden. Was auch noch geleakt wurde, ist ein Rodri, den man sich erspielen kann. So sieht die Karte aus. Also da würde ich eher so Spanier aus der Premier League behalten. Vielleicht spanische Mittelfeldspieler, mit dem man irgendwelche Objectives machen muss. Die könnten euch schon ein Stück helfen, um Rodri leichter zu erspielen. Vielleicht auch Rodri selber erstmal behalten, weil den wird man wahrscheinlich auch gebraucht. Unten seht ihr dann noch die weiteren Man City Spieler, also Ederson, Ruben Diaz, Cancelo, Gündogan und De Bruyne. Was auch noch geleakt wurde als Objective Spieler, ist ein Bamford von Leeds United. Ich glaube, das wird eher die Squad Battles Aufgabe sein, weil das ist ein englischer Stürmer, der hat einigermaßen gut Pace, gut physisch, Dribbling, schießen, passen. Ist jetzt nicht die krasseste Karte, aber ein 89er Rating kann man gut für SBCs gebrauchen. Was auch noch geleakt wurde, ist diese Karte. Ist zwar nichts krasses, aber wollte ich euch auch nochmal in dem Video zeigen. Das ist wahrscheinlich eine Copa Libertadores, Man of the Match Knockout Karte. Nur damit ihr das schon mal gesehen habt. Das ist ein neues Design, was auch wahrscheinlich jetzt rauskommen wird. Wie gesagt, nichts Wildes, aber wollte ich euch trotzdem mal gezeigt haben. Und jetzt kommen wir zu den krasseren Leaks. Und zwar wurden einige SBCs geleakt. Einmal eine 80 plus Premier League Rated Rare Player SBC. Heißt, ihr gebt wahrscheinlich ein Team mit Premier League Spielern ab und kriegt dann 81 plus Spieler aus der Premier League. Selten natürlich. Und dann kommt eigentlich der Krache. Einmal ein Prime oder Moments Icon Mitfielder Pack. Also ein Mittelfeldspieler Prime oder Prime Moments. Das heißt ZM, ZOM, ZDM, LM und RM. Das wird eine sehr, sehr wilde SBC, die vielleicht schon die Preise leicht ansteigen lässt, je nachdem, was für Ratings da gefragt sind. Ich denke aber, die wird nicht so krass teuer sein. Also auf jeden Fall nicht so teuer, wie die Stürmer SBC. Und ganz unten seht ihr halt noch das Saudi-League-Tots-Pack. Also es ist eigentlich schon bestätigt, dass jetzt morgen, also am Freitag um 19 Uhr, Premier League kommt und dann das Saudi-Tots. Und ja, das Saudi-Tot-Pack, also wo man den Saudi-Tots zieht, wird dann wahrscheinlich am Dienstag kommen. So wie jetzt diese Woche. Und am Mittwoch dann wahrscheinlich das Premier League-Tots-Pack. Am Donnerstag dann die Rewards und am Freitag dann die neue Liga. Wobei wahrscheinlich La Liga drankommen wird und die Super League. Und was auch noch sehr, sehr wild ist, das Wort eben auch geleakt und dann halt direkt entfernt, ist eine Flashback-Bail-Karte. Die Karte sieht sehr, sehr geil aus. Mit 95 Pace, 91 Schießen, 88 Passen, 82 Füße. Ich hoffe, ihr bekommt auch genug Ausdauer. 88 Dribbling, 4 Sterne Skill, so wie man es kennt von Bail und 3 Sterne Weakfoot. Ich hoffe, die SBC wird zu Tots-Zeiten nicht allzu teuer sein, aber die Karte sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Mit dem Engine hat der 99 Pace, irgendwas mit paar 90 Dribbling und paar 90 Passen. Eine sehr, sehr geile RM-Karte, gerade für die Premier League-Karte, für Tottenham, damit man irgendwelche Tottenham-Spieler linken kann. Das heißt, da könntet ihr auch schon mal in Tottenham-Spieler investieren, die nicht allzu teuer sind, mit einem guten Rating, so 84er, 85er, 83er. Weil, falls die SBC kommen wird und man wird da Informs brauchen, vor allem Informs von Tottenham, sind, glaube ich, einige am Start, da könnte man auch noch investieren. Ich denke, die werden einen Ticken steigen, sobald diese SBC rauskommt, aber halt nicht allzu krass. Ich glaube, damit die Preise so richtig in die Höhe steigen, dafür bräuchten wir so einen Icon Prime Pick, wo man eine Auswahl zwischen drei Icons hat, also drei Prime Icons, das wäre sehr, sehr wild. Oder sogar ein Prime Moments Pack, was eigentlich ein bisschen günstiger sein sollte. Und das war jetzt eigentlich zusammengefasst alles, was rausgekommen ist. Morgen werde ich noch mal streamen, so um halb sechs circa. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim Streamen. Ich denke, ich werde gleich auch noch mal auf Twitch streamen. Ich weiß noch nicht genau, was ich zocke, aber mal schauen. Wer auf Twitch Benachrichtigungen anhat, der weiß Bescheid. Ansonsten sehen wir uns halt morgen auf YouTube wieder. FIFA, halb sechs, Ultimate Team, Premier League, XXL, Pack Open. Haut rein, Junge.